Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Joa, ich will mir entschuldigen, dass letzte Woche kein Part kam, aber kann ich jetzt auch nichts für. Hatte halt keine Zeit gehabt, hat mit Freunden Computer repariert und ja, hat jemandem beim Let's Play geholfen. Und ja, wir haben hier Namensänderungen, hier Wavekick statt dem TTR9, ja der hat seinen Kanal umgenannt, Ghostlayer genauso, da bei Ghostlayer da fehlt das R, das hat schon seinen Grund, weil, weil, was würde ich sagen, genau, dass die, dass man den Namen begrenzt einsetzt. Und ja, Flexidex, ja, habe ich jetzt mal geändert, das war der Typ, der ruhig geholfen hatte. Joa, das Rest ist eigentlich so, wie immer. Was ich noch geholt habe, also umgetauscht habe, ist das, na wo ist das, Kunstrad, weil wir das jetzt noch brauchen. So, mit dem Rad kommt man übrigens hier nicht durch das hohe Gras, ganz hohe Gras. Ne, also. Der Mimikry-Zucker wurde von Leuten gegründet, die die Mimikry lieben. Der Kampf wird sobald wir aufeinandertreffen. Genau. Und er ist gewittert. Krass, was? So. Boom. Käfer-Sangere jetzt sagt er, ich gebe auf. Naja, gut. Gibt's hier Items? Nö. Bum, bum, bum. Tum, 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 tum. Bum, 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 bum. Tum, 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 tum. So. Trittst du einen Schritt vor, treten wir auch einen Schritt vor. Drehst du dich nach rechts, drehen wir auch nach rechts. Oha. Oha, das war geil. Wie in der Intro-Sequenz Donner. Wumpel von Käfer-Maniac Uriel. Wumpel, Wumpel, Wumpel. Panikon. Panikon. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber bei Regen und Kämpfen verdoppelt sich die Wasserkraft und halbiert die Bodenkraft. Bodenstärke. Aber wenn du gewinnst, verliere ich. Oha. Kann man da hier an den Käfers selber rechts sehen? Ne? Ja, okay. Der bewegt sich mit. Zwar nicht immer, aber... Puh, 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 puh. Mit den Legs ist... Ich weiß auch nicht, was neuerdings so los ist. Hey, geschafft. Du hast mich gefunden. Oder wolltest du mir etwas ausweichen? Nö. Einen Kader von Eusebios. Okay. Guck, 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 guck. 15. 15. So. Hui, was war ein großer, artiger Kampf. Ja, gleichfalls. So. Warum hat das gerade so lange geladen? Naja, geil. Ein Hypertrank. Wir gehören zum Mimikreel-Zirkel. Wir ahmen nach, was du machst. Du Weier. Irgendwas hat Käfer-Pokémon. Käfer-Maniac-Romeo. Hupsi. Ich hab verloren. Hm. Gift-Puter. Das schmeckt doch gut. Vor allem für diesen Part jetzt. Ah. Komm. Vergiftet bis jetzt sowieso. Okay. Alter. Ein Hyperheiler. So. Aua. Weil manchmal so los ist, das ist... Da hilft einfach nur Spin, aber... Ach. So. Superschutz. Nö, bräuchte... Naja, okay. Dann... Hm. Das ist immer weg. Ich hab jetzt gerade mal auf die Frame-Rata... Frame-Rate-Kobst. Das schwankt so richtig. Von 25 auf 12, auf 9, auf 6. Das ist wunderschön. Ich kann nichts dafür, aber... Ich weiß auch nicht, was da los ist. Vergiftung. Nö, siponisch. Ich hab mal 7 Mal, ja. Reicht aus. So. Ach so, ja. Tö-tö. Tö-tö-tö. Energiestaub. Nuggets. Müssen wir auch langsam mal verkaufen. Ähm. Heldschuppe. Elixir. Sondabomb. Sonderbomboms könnten wir noch gebrauchen. Seinschall. Rau mal die super Tränke rein. Weg. So. So. Du weißt nicht, wer ich bin, Stipps. Aber ich kenne dich auch nicht. Lass uns kämpfen. Okay. Käfersammler. Gangolf. Okay. Du bist ganz schön stark. Ja. So. So. Zick, zack. So, so, so. So trifft man sich. Meine Käfer-Pokémon leisten die Gesellschaft. Käfer, meine Tö. Tö, Tö, Tö. Tö. Papinella. Hm, super. Body Shack. Shaloko, shaloko, shaloko. Ich wünschte, wir hätten uns nie getroffen. So, glaube ich, wir sind fertig. Nee, hier eher noch nicht, oder? Okay. So. Oh, ein Tropius. Jo. Ähm. Ein Pflanze-Flug-Pokémon. Bräuchte ich auch nicht. So. Gehen wir mal hier rein. Ich dachte, fliegen könnte man, indem man viele Vogel-Pokémon-Film zusammenbindet und sich dann drin hängt. Aber es gibt tatsächlich eine Form, die fliegen heißt. Wenn ich das doch nur eher gewusst hätte. Sag mir jetzt nicht, du hast das etwa ausprobiert. Oh, Mann. Oh. Sechs Wingulls. Oder Wingull. Es soll eine Höhle geben. Die Urzeithöhle. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister der Pokémon wieder zum Limmer wegwähren. Dass das tatsächlich wirklich so möglich ist. Pio. 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 So. Route 119. was gibt es hier ich liebe es findet so legt 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 hier gibt es nichts außer eine geheimers ist ein tropios zu sink zu nehmen wir mal den super schutz du hast mich angesprochen also willst du mit mir kämpfen sicher ich will das pokémon einsetzen das ich gefangen habe als die surfer einsetzte ein kappertor ok zu So, Barschwar. Das sieht voll hässlich aus, aber naja gut. Kann he one ha? So, Erdbeer. Ich habe auch keine Ahnung, was verlangt wird, um zu gewinnen. So. Genau. Deswegen habe ich hier das Kunstrad gebraucht. Oder brauchen wir jetzt das Kunstrad. Damit wir erstmal die Bähenschlöcken können. Und zu allem sieht ihr gleich, warum. So. Einfach, hopp, hopp, hopp. So. Kommen wir hier hin. Aber hier scheint nichts besonders zu sein, ne? Außer Legs. Aber, naja. Fürbzeit. Fürbzeit. Hopp, plupp. So. Gehen wir mal weiter. Kann dein Pokémon Geheimpaar an einem Berg von Gras einsetzen und eine Geheimbasis einrichten? Jo. Schutz wirkt nicht mehr. Das soll mir egal sein. Oh, schau dich nur an. Für ein Abenteurer hast du sehr leichtes Gepäck dabei. Oh. Pokémon Ranger Hanoloro mit einem Giflor. Boom. So. Roselia. Alter. Unfälle passieren immer dann, wenn du nicht damit rechnest. Hast du ein Poké-Nafia-Trainer sollte also einen besitzen? Hey, du hast ja einen. Dann sollten wir uns gegenseitig eintragen. Pokémon Ranger Hanoloro wurde in Facebook- äh, Poké-Naf-Verzeichnis eingetragen. Jo. Wer besitzt das Wissen und die Technik, um zu überleben? Das sind die Pokémon Ranger. Und dazu gibt es auch ein schönes Spiel dazu. Oh, kap jetzt. Glück hat er nicht die Vorentwicklung. Der liebe Egbert. R-55. Ich bin jetzt hier nicht genügend Wissen über Pokémon. Ja, warum bist du denn Pokémon Ranger, du Pflaume? Ich hoffe, du kämpfst bald wieder gegen mich und nämlich wegen meiner Unwissenheit aufzuziehen. Auch eher wohl auf Facebook- äh, Poké-Naf-Eingetragen. So. Äh, ein Gerardachs. Ein Gerardachs. Ein frecher Gerardachs. Flucht. Aber weil nicht so, dass wir uns gleich heilen konnten. Warte mal, was haben wir vorne? Das ist jetzt sehr von Vorteil, nämlich... ...gibt es nämlich einen Zweikampf. Egal, wo ich gerade bin, mein Sonnenschwimmer habe ich immer dabei. Ich zeige dir mal eine wahre Stacke. Die meiner Vogelbock. Scheiße. Ich bin jetzt so von... Ach, naja, geil. Papp, 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 papp. Henry und... Keine Ahnung, wer. Jetzt sind wir nicht weiß. Mh... ...mh... ...bodyshack. Huck's okay. Level 22 Nassmacher Die Stärke des Feuers wird gesenkt, aber jetzt werden auch die Wasserattacken stärker Also jetzt haben wir schon die vierfache Handstärke Glaube ich zumindest Aber das ist nicht fair Uns fehlte das an Potential Eine Entwicklung mit Legs, ist auch mal geil So, ein schönes Trevors Was gibt's hier? Elixier Elixier trinkt Bier Ein Mirabla Am besten wir heilen uns mal, oder? Irgendwo Ein Smog Ach, ich wollte ihn zwar Wenn du nicht auf deiner Decke aufpasst, kommt der Schmerz zu dir Ein Ninja, Junge Mit einem Ninjask Ein Smog Ist an Und der ist jetzt auch AFK Du bist überraschend gut So, denn der ist gleich der Nächste Hohohohoho Ich mag kindert immer einen severen Trainer Lass uns einen Kampf ausreien Jetzt kommt Patrick Oder Patrick Oder Boom Komm ob Hier sieht man auch fast in jedem Ort Komm ob Ja, besser Naja Du bist wirklich beeindruckt Hohohoho So Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Von der Eile hier? Ja, ein Puckball Hm, Übertrank Kann man durch Okay Und Six-Sax Ich frage mich, warum es hier Six-Sax gibt Wenn es sowieso Sag schon Geradax gibt Die weiten Das haben jetzt strahlend die Aura Ausgesprochener Versprechen aus Nichts ist vergleichbar Mit dem absoluten Glück des Flügens Ein Wingo Von Enrico Trobias Trobias Das ist ein Ganz geiles Pokémon Das ist früher mal bei Primera-Wahnen Spielen auch Abgewirrt und Abgestürzt Damit gekämpft War ganz geil So Die Mark war also Ich stehe hier Wache Hey du Lass dich bloß nicht Von dem Klima Entsicht und fern Das ist nicht sicher Ach, so Idiot Ach, Regime ist langweilig Hey du, komm ich Ne, 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 das Ja Das Offentliche, dass man hier rein muss Ne Alter, schlief Schließt sich jemand nach oben Wie? Was macht denn das Kind hier? Oh, 28 Meine Güte Jetzt hört halt mal auf zu legen Hier, scheiß Trips Alter Vater Spieler besiegt Die Makro-Rübel Wie? Ich habe verloren Ja, das sieht so aus, ne Der Boss hat interessante Forschung gezeigt Der Herr und Und hier Schickt Störnske Vielleicht nicht Der Herr und Der Herr Der Herr Der Herr Der Herr Pum, 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 Pum. Boom, so, fuck. Eins, vier, vier. So. So, ein Mistbesiegter von einem Kind. Frips, ich hasse dich. Und bis zu einem anderen Aufnahmeprogramm. Ey, das nervt mich voll ab. Das Institut hat ein Pokémon entwickelt, das irgendwas mit dem Wetter zu tun hat. Das müssen wir kriegen. Jetzt sag nicht, du bist auch auf der Suche nach diesem Wetter-Pokémon. Das erlaub ich nicht. Wir waren schließlich zuerst hier. Frizier und Subat. So. Felsgrab. Flügel. Schlag. So. Und lag so ein... Glaubt mir, mich kotzt es selber an. Und da braucht ihr jetzt auch nicht... Wow. Ankommen. Dass die Quali-Scheiße ist. Dafür kann ich ja nicht, dass die Frips-Scheiße ist. Also, es schwankt richtig. So von 23 auf 19, dann auf 6, auf 7, 9, auf 8, auf 3, zu 16. So. Kann hier man hart. Wow. Ich sag mal, Schwabers, du machst mich... Du begeisterst mich. Ein Kind hat unsere Pläne durchkreuzt? Nun, schau dir mein Pokémon an. So. Warte mal. Ich will mal jetzt deine Werte sehen. Angriff hat 45. Das ist... Ja. Wir sind die Magma. Wir sind überall dort, wo Raritäten gefunden wurden. Sind. Fischchen. Und ich wollte schon sagen, ein Kampf ohne Leck, aber... wird sich gerade relativ... relativiert, wollte ich sagen. Boom. So. Spack. Wenn ich speede, dann... geht das auf einmal. Manchmal ist Frips einfach nur komisch. So. Kann ich... Wann... Was mach ich? Aber... Wird sowieso down gehen. Soll mir recht sein. So. Das war dann wohl... Das war's dann wohl, sagt er. Meinte ich... Ja. Du willst dich ein ernstes in die Angelegenheit von Team Aqua einmischen? Dann bist du entweder furchtlos oder einfach dumm. Oder beides? Du bist ja so niedlich. Einfach wieder ließ. Ich mach dich fertig, du Baby. Team Aqua Feuerstand Cordula. Und ich wollte sagen, ja, ich krieg das irgendwie geregelt, aber irgendwie... merke ich nichts von. Ja, und jetzt ist es wieder auf 20. So. Ein Magnei. Interessant. Interessant. Da kann er mit einem Bedroher ankommen. Komm, ich greife speziell an. Das bringt ihn nichts. So. Du bist einfach widerlich. stark. Es ist schon schlimm genug, dass ich... ständig mit Team Aqua auseinandersetzen müssen. Und jetzt kommst du auch noch daher. Warum musst du deine spitze Nase in Dinge stecken? Oh Gott, Alter. Diese Zweiteiligkeit. Die dich nichts angehen. Wir haben hier eine Krisensituation. Eine Gruppe von Team Magma ist gerade am Kleemann-Institut vorbeigelaufen. Sie ist wohl auf dem Weg zum Büroberg. Was? Dann lass uns von hierhin verschwinden. Und zwar schnell. Wir müssen so schnell wie möglich zum Büroberg. Team Magma. Mach dich auf was gefasst. Danke. Vielen Dank, dass... Nun sind wir in Sicherheit. Es ist vielleicht eine seltsame Art, danke zu sagen, aber dieses Pokémon ist für dich. Ein Formio. Nö. Dieses Pokémon ändert seine Gestalt abhängig von jeweiligem Wetter. Hier im... Alter, ich krieg die Krise mit den Legs, Alter. Hier im Institut gibt es sehr viele davon. Du kannst es ruhig annehmen. Okay. So. Hier ist nur ein kleiner Typie. Okay. Ich hab jetzt gedacht, aber ich glaube, wir müssen erst mal raus und dann wieder rein. Damit wir mit den anderen auch sprechen können. Ja, so ist es. Der Professor lebt in Regen. Das ist eine Tatsache. Aber wenn es noch lange so regnet, wird es erst ein Problem führen. Das ist eine an... die andere Seite der Medaille. Und daher erfüllt der Professor, wie man den Regen positiv nutzen kann. Ja. Die Blumen. Hallo. Dein beherztes Eingreifen hat uns gerettet. Ich verstehe nur nicht, was die Aquas von uns wollten. Ja. Ah, warte mal. Wir können ja auch gleich wieder heilen. So. Vom heilst du dich nochmal, du Arschloch? So. So. Ein Formio. Normal Pokémon. Fähigkeit Prognose ist vom Wetter abhängig. Äh, Level 25. Ähm. Ja, Statsangriff. Item Sauerwasser. Hat die... Ausgangsattacken Pulverschnellring. Transamtagabesturm. Und jo. Mehr ist nicht zu sagen. Zu den Pokémon. Außer, dass es seine Form je nach Wetter ändert. Und zum Typ halt auch anpasst. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Noch ein Elixir. So, da ist ein Wasserfall. Da kommen wir noch nicht lang. Also. Gehen wir mal hier unten. Ähm. Was gibt's hier noch? Da scheint ein Item zu sein. Und das hole ich mir. Oder? Ha. Hüppel Ball. Wollen die mich etwa... Haben die mich schon getrollt, Alter? Ähm. So. Hier ist... Hohes Gras und eine Geheimbasis. Okay. Die brauchen wir nicht. Und Robius. Und hier ist noch ein Pockabell-Eyeblatt-Stein. Und eine Geheimbasis ist da unten links. Habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Und ein Tacher. Hier ist nix. Okay. Ach, wer kommt denn da an der Düst? Assi. Wo warst du? Ich habe dich schon gesucht. Wie stark bist du geworden? Lass mich das für dich herausfinden. Bereit? Du und deine Puppe. Und natürlich. Was hält dir das los? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Schneck-makk. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, Leute. Fips. Ich... 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 Ich will nicht fluchen. Ich will nicht fluchen. Nein, nein. Ich bin ganz lieb. Ba-ba-ba-ba. bo 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 web thing hey sitz sie ein kann mir egal sein sie hat schwächer Und ein Lambrero Das ist breit, finde ich immer noch am geilsten Wie der jetzt so arrogant guckt Wie mit seiner Fresse Wer gestert Und wir haben sie besiegt Spieler besiegt Bac und Weiner Meike Ach Lass sie, du bist stark Ich hatte schon befürchtet, du hättest im Training laggelassen Na, danke schön, du Aber ich hätte mir absolut keine Sorgen zu machen brauchen Weiter so Und hier, das ist ein Geschenk für dich VORM02 Fliegen Setze Fliegen ein und deine Pokémon bringen dich an jen Ort, an dem du schon einmal warst Aber um Fliegen einsetzen zu können, brauchst du zuerst in der Arena von Baumhausen City Vergiss das nicht Du solltest mal nach Wurzelheim fliegen Ich wette, deine Mutter macht dich schon Sorgen um dich, Dusty Nun, wir treffen uns sicher bald wieder Sorry für den Cut Haha, mach Wetter, Dusty Ich bin gerade einem Trainer begegnet, der auf einem Fahrrad fuhr Du hast den Trainer besiegt, stimmt's? Das war ihm anzumerken Das Kind war richtig wütend und sein Gesicht war rot vor Zorn Wir laufen uns wirklich oft über den Weg Gehst du hier zur Arena in Baumhausen City? Ich erwarte dich Äh, ich erwarte, dass du dich dort besonders anstrichst Mach's gut So So Dann bringen wir das mal Schwalbini-Brei Äh, Schwalbos-Brei So Der Gehfokus weg So Was gibt's denn noch Schönes Warte Doppelkampf Zeig mir deine Power-Akkorde Der Sieg gehört mir Nun, es ist eine Zeit, um mich herum zu grenzen Ich lau in den Schatten und lebe in der Dunkelheit Das ist mein Schicksal Ich tauche auf, um dich auszufordern Voltenzo und Ninjas So Würde ich sagen Arjen, Bruder Du hast mir gezeigt, wer der Boss ist Ich muss den Liederlager tragen Ich gehst dir in meine Liederlager rein Etwas unsichtbares blockiert den Weg Okay Hm Oh, ein Baum zu verstecken Mitte den Wald Okay Das ist magern Gut, der bringt sich selber um Wegen meiner Holy Shack Achso, da hinten ist ja auch was Sieht das Aber da kommen wir Wie kommen wir da nicht später essen Ich schau jetzt grad mal Ja, klar Da kommen wir erst später hin Ja Bis jetzt erstmal alles richtig Hier macht, oder? Warte Ja Ja Okay Dann sind wir jetzt hier im Baumhaus in City Machen später weiter Dann zeige ich euch erstmal Fliegen So Ah, so Na gut Wir brauchen erstmal den On Dann sehen wir uns später Oder beim nächsten Part von Let's Play Pokémon 2 Bis dann und schau Ich meine, war das ein schwerer Gebot, ey Ciao